Freunde, herzlich willkommen. Heute haben wir eine kleine Tour gemacht und besuchen einen alten Freund, Jörg, der hier die Firma gegründet hat vor 18 Jahren, Autoteile Süd in Neuenmünster. Und wir haben alle damals gedacht, das kann so nicht funktionieren. Aber der hat richtig zugeschlagen und hat natürlich dieses weit gefächerte Programm natürlich auch für Spezialteile mit aufgenommen. Tuning-Kits und Außelfanlagen über ja alles, was das Herz eines Autoliebhabers begehrt. Jetzt möchte ich Ihnen einmal diesen Menschen vorstellen, der mir persönlich auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Jörg. Ja, moin Egon. Schön, dass du mal wieder reinschaust hier heute bei Autoteile Süd in Neuenmünster. Wir kennen uns ja jetzt auch schon 20 Jahre. Ja, du bist hier im Groß- und Einzelhandel in Neuenmünster, wo man Autoersatzteile und Motorersatzteile beziehen kann. Für guten Preis und gute Qualität und lange Garantie. Die Idee hatte ich damals 2001, dass ich mich selbstständig mache mit Ersatzteilen für einen freien Aftermarkt, wo privat Leute und Werkstätten einkaufen können. Und heute ist es so, dass wir einen großen Shop-Bereich haben, ein riesen Lager mit vielen Ersatzteilen und Auslieferungsfahrzeugen, wo wir ca. 50-60 Kilometer und müssen sie jeden Tag dreimal liefern. Und heute ist es so, dass wir einen großen Shop-Bereich haben. Und heute ist es so, dass wir einen großen Shop-Bereich haben. Und heute ist es so, dass wir einen großen Shop-Bereich haben. Und heute ist es so, dass wir einen großen Shop-Bereich haben. Untertitelung des ZDF, 2020